Ja, siehst du? Was ist los, Alter? Jetzt haben wir nicht durchs Engel gefahren. Siehst du aus, Alter? Ja, ich auch. Ist es schwarz wie ein Mann, Alter? Ja, so eine V7 kannst du auch wenigstens Akku rausholen und nicht die SD-Karte. Wer ist jetzt? Bies! iPhone, iPhone, oder? Geht! Oh, ich kaufe mir ein iPhone mit 8 GB verspeichert und zahle einfach den dreifachen Preis. Ich bin der Grenz, Alter. Ich brauche iTunes, ich bin ein Gefangener von Steve Jobs. Ey, kannst du mir das Foto nicht auf dem PC ziehen? Ja, hast du iTunes? Ja. Ne, noch nicht mal. Das ist ja noch komplizierter. Wenn du manchmal erst mal Fotos brauchst. Scheiße, scheiße, mein Akku ist leer. Kann ich das bei dir anschließen? Hast du Micro-USB, wie jedes andere Handy auch? Ja. Ne, gibt's ja gar nicht. Wir brauchen ja einen Apple-Anschluss. Von Windows Form 7 wollen wir gar nicht reden. Weißt du, da wo deine SD-Karte rein muss, haben wir eine Plastikdecke drauf. Boah, boah. 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 Toll, aber das war drastend. Boah. Und ich hab das auf Video. Was das denn? Ey, der musste klatschen. Ja, der war so ein anderes Mal. Du meinst du. Mann, ich musste den einfach zurück. Lass ihn machen. Lass ihn machen. Euer Turm aus, wenn wir wieder mal weg. Für 어�el, Schachf, rückgelt es nicht.